Hallo, gut, dass du an Bord bist. Wir haben einen akuten Zwischenfall bei einem unserer Prototyp-AI-Crew-Mitgliedern. Unser AI-Kadett B200 hat sich nach dem Ladevorgang nicht auf seinen Posten begeben und treibt sich stattdessen irgendwo in der Nähe des Maschinenraums rum. Bitte schauen Sie mal in der Kabine unseres Roboters nach, was ihn von seiner Arbeit ablenkt. Man hat beim letzten Update bereits Anzeichen von stark ausgeprägten Gefühlslernkurven entdeckt. Ich kann mir gut vorstellen, dass er sich in diesem Bereich weiterentwickelt hat. Nehmen Sie den Aufzug. Auf Ebene 3 kommen Sie in den Crew-Bereich. Viel Erfolg!